Wir haben heute wunderbare Gäste, wir haben heute das große Rolf-Eden-Spezial. Wir freuen uns auf wahnsinnige Frauentipps. Wie kriegt man Frauen rum? Das werden wir heute erfahren. Das ist eine Super Sonic Ride. 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 Do you enjoy your time on earth? I do like Rolf actually. Sometimes I'm going on the moon and it's quite interesting. People are quite open-minded. Black squares of sand. A man made of steel. Dali so grand. A masquerade of our eyes running. The coast is clear, it's you I see. There is something about this fantasy. It's a real, it's unreal, it's a real.